Was ist bei der Securitas-Sage in Zollikhofen? Bei der Securitas-Sage in Zollikhofen brauchen wir vor allem den Rettungsrucksack für kleinere Sachen. Wir sind ja kein Produktionsbetrieb hier am Standort in Zollikhofen, mehr Büro, Verwaltung. Dort ist ein Sturz, eine Prellung, vielleicht etwas mit dem Kreislauf, das sind die hauptsächlichsten Teile. Der Notfallrucksack sollte so ausgerüstet sein, damit man ihn auch alimentieren kann, wenn es bedarf für zusätzliche Sachen. Das bedeutet bei uns in Zollikhofen wir haben noch eine Trainingseinheit, die physisch geschaffen wird. Das kann sein, dass man dann für diesen Zweck den Rettungsrucksack noch alimentieren kann mit zusätzlichen Sachen, wie ein Defi, wie ein Nackenstützen, wie Wärmedechen und so weiter. Der Rucksack, den wir zum Test bekommen von Thermaplast-Beortweidel, wird sehr ausgewogen. Er genügt für unsere Bedürfnisse, ist sehr übersichtlich angeordnet, wenn man ihn aufmacht, sehr einfach zu handeln. Er hat einen guten Stand, gute Farbe, er hat wenig Reflektionsfläche, allerdings kann man diesen Rucksack dann auch noch alimentieren mit zusätzlichem Material. Der Rucksack 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 Der Rucksack